Dieser Song heißt Half Nelson und ist für Zeiten gedacht, in denen du ganz down bist. 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay. Er sagt, diese Maschine zieht uns runter. Was ist das? Was hält uns davon ab, frei zu sein? Miss Dre? Gefängnisse. Absolut richtig. Die Schule. Die Schule, genau. Das ganze Bildungssystem. Sind die da nicht, diese Maschine? Das ist nicht dein Ernst. So ein kleiner Ellbogeneinsatz hat noch niemandem geschadet. Nicht mit mir, ja? Du musst dir keine Sorgen machen. Na toll, bist zwölf. 13, ich bin 13. Dann bist du ja erwachsen. Was liegt an? Nichts weiter. Wenn was ist, sag mir Bescheid, okay? Die Sonne geht auf und wieder unter. Und jedes Mal, wenn das passiert, was bekommen wir dann? Einen neuen Tag. Und was willst du, Alter? Ich mach's nur noch selten. Ich tue's noch, aber ich hab's im Griff. Trainer. Kannst du mir hochhelfen? Aber es ist alles okay. Wie geht's dir? Wie immer, wie immer. Also mir geht's halt gut. Geht's noch jemandem gut? Willst du auch arbeiten? Easy, oder? Dafür kannst du dir ne Menge Burger kaufen. Ich weiß, ich bin der Letzte, der sowas sagen sollte. Keine Angst, ich komm schon klar. Wir sind Sünder, aber wir können danach streben, gut zu sein. Wie nennt man Leute, die rumballern? Na, Schießburger. Gibt es irgendwas, das ich wissen sollte? Es gibt Menschen, die sich ändern. Manche ändern sich wirklich. Na, ich nicht. Ich bin nur einer. Was kann ich tun? Ich will, dass du Dre ab jetzt in Ruhe lässt. Entschuldigung? Ja, Mr. Saubermann? Ich weiß nicht! Er ist ein Lehrer, Dre. Er ist mein Freund. Und Junkies haben keine Freunde. Wir verändern uns ständig. Es gibt Veränderungen, die du nicht kontrollieren kannst. Und bei anderen kannst du es. Man kriegt selten eine zweite Chance. Die sollte man dann aber nutzen.